ja hallo heute zeige ich euch wieder ein gameplay von split second we lost it aber heute die vollversion letzte mal war es nur die demo und dann machen wir gleich mal weiter hier ich mache es nur ein game wo ich mit anderen zu zweit spielen sind sehr schönes spiel manche rennen dauern auch schön lange kann ich nur sagen laden dauert es ist länger bin im programm ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020